Hallo zusammen. Metaprogramme. Hört sich vielleicht dem ersten Begriff ein bisschen trocken an, ist es aber überhaupt nicht. Also in meinem Erleben sind Metaprogramme ein Stück Magic. Über Metaprogramme habe ich so viel verstehen können und es hat mir wirklich erlaubt, so viel besser auf Menschen eingehen zu können und ihnen in ihrem Modell der Welt zu begegnen, dass ich wirklich sagen würde, neben dem, was ich ja auch ganz, ganz stark mag aus dem NLP, nämlich das Thema des Spiegelns und das Thema des Reframings, ist für mich Metaprogramme wirklich ein extrem wirkungsvoller Prozess. Und diese Metaprogramme möchte ich dir heute ein bisschen näher bringen und sie vorstellen. Als erstes vielleicht ein bisschen was. Was heißt Metaprogramme und was bedeuten sie im Hintergrund? Nun, Metaprogramme beschreiben vor allen Dingen die Art und Weise, wie Menschen Informationen verarbeiten. Es ist also sehr wichtig zu verstehen, es sagt mir nicht, was jemand denkt, es sagt mir ein bisschen was darüber, wie jemand denkt und wie jemand bevorzugt Informationen aufnimmt, verarbeitet, abspeichert und wieder abruft. Und dafür sind Metaprogramme sehr, sehr gut. Wir alle haben Wahrnehmungen darüber, aber es fällt uns manchmal schwer, sie zu sortieren. Mir fällt zum Beispiel in Seminaren immer wieder das Phänomen auf, dass wenn ich jemandem Rückmeldung gebe, sogenanntes Feedback für die Neudeutschen unter uns, dass der Rest der Gruppe, der Teilnehmer nickt und sagt, ja, hey, ja, das macht total Sinn, was du gerade gesagt hast, das stimmt. Und dann frage ich immer, okay, wenn ihr das wahrgenommen habt, warum habt ihr es noch nie gesagt? Und dann merkt man, den Leuten fehlt oft die Möglichkeit, diese sehr komplexe Wahrnehmung, die sie über andere Menschen haben und die sie über die Modelle der Welt von anderen Menschen haben. Ihnen fehlt manchmal sowohl das Vokabular als auch die Möglichkeit, das ein bisschen in Setzkästchen, sage ich jetzt mal vorsichtig schmunzeln, einzuordnen. Und genau an der Stelle bei der Art zu verstehen, wie Menschen Informationen verarbeiten, können uns die Metaprogramme ganz massiv helfen. Okay, worauf richten die sich also aus? Sie richten sich auf ein Modell der Welt. Ein schöner Satz, den NLPler früher mal geprägt haben, ist, the map is not the territory, frei übersetzt, die Welt selbst ist nicht die Landkarte, die wir von ihr haben. Das heißt, mein Modell der Welt ist nicht die Welt, es ist nur mein Modell. Und die Art und Weise, wie ich dieses Modell in meinem Gehirn abbilde, lässt sich sehr hübsch beschreiben. Das Spannende dabei ist natürlich, nicht jeder von uns hat das gleiche Modell der Welt, auf das er zurückgreifen kann, um das er sich kümmern kann, mit dem er sich auf die Welt einstellt, auf die Welt reagiert und natürlich auch seine eigene Welt gestaltet. Das heißt, gute Kommunikation pflegt sich dadurch, dass sich dem anderen Menschen in seinem Modell der Welt begegnen kann. Jeder von euch, der schon mal ein bisschen gereist ist und dabei auch fremde Kulturen kennengelernt hat, wird festgestellt haben, Modelle der Welt können extrem unterschiedlich sein. Also ich weiß noch, wie wir Projekte gemacht haben in China, dass ich am Anfang die Gesichter sozusagen der Chinesen und der Chinesinnen überhaupt nicht lesen konnte. Es sah irgendwie so aus, wenn sie fröhlich waren. Und es sah irgendwie so aus, wenn sie sauer waren. Und es war irgendwie der Gesichtsausdruck für Nachdenklichkeit und der Gesichtsausdruck für, ich halte es für völligen Blödsinn, was du gerade erzählst. Das heißt, ich merkte, es fiel mir erst mal sehr schwer, in das Modell der Welt einzusteigen. Und dann habe ich damals Folgendes gemacht. Ich bin auf den Platz des himmlischen Friedens gegangen und nahm mir einen Tag lang Zeit, Menschen zu beobachten. Einen ganzen Tag. Und zwar habe ich beobachtet, wie Eltern mit ihren Kindern spielten und habe mir angeschaut, wie es ist, wenn zum Beispiel ein fröhliches Kind auf die Eltern zurennt oder ein Kind hat sich wehgetan oder, oder, oder. Und so begann ich zu verstehen, wie Nuancen in den Gefühlen oder unterschiedliche Arten von Gefühlen Ausdruck finden, in Mimik, Gestik, in der Sprache, in der Tonalität. Und an dem Tag habe ich extrem viel lernen können über das Modell der Welt andere. Das sind so die äußeren Signale, die wir sehen über Modelle der Welt. Aber wie funktionieren Modelle der Welt im Inneren und welche Möglichkeiten habe ich vielleicht auch, diese Modelle der Welt im Inneren ein bisschen für mich besser zu sortieren. Und genau an der Stelle helfen uns die Metaprogramme gut, das zu erkennen. Schauen wir uns jetzt mal an, wie funktionieren die denn? Nun, das Erste ist bei Metaprogrammen, dass man sagen muss, sie sind häufig so dargestellt, dass sie auf der einen Seite eine Ausprägung haben und auf der anderen Seite eine gegenteilige Ausprägung haben. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Metaprogramm beschäftigt sich zum Beispiel damit, dass wir auf der einen Seite Menschen haben, die bevorzugt Überblick verarbeiten. Das heißt, bei einem Buch lesen Sie als erstes das Inhaltsverzeichnis durch. Wenn Sie in einer Wohnung sich umschauen, schweift der Blick sehr, sehr schnell über das Ganze. Wenn Sie einen Foliensatz sehen wollen, wollen Sie als erstes ein Inhaltsverzeichnis mit großen Schriften haben. Manchmal sagt man ja auch schmunzeln, wie macht man Foliensätze für Vorstände? Genau wie für Kinder, groß, bunt, wenig Informationen. Der größte Unterschied zwischen Vorständen und Kindern ist, dass Kinder eine deutlich längere Aufmerksamkeitsspanne haben als Vorstände. Ja, nur am Rande. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, das wäre jetzt der Antagonist sozusagen dazu, die besonders gerne Detail verarbeiten. Das heißt, wenn die ein Buch haben zum Beispiel, schlagen sie es erst mal auf und lesen irgendwo mittendrin schon mal eine kleine Passage. Oder wenn man mit ihnen diskutiert und argumentiert, wollen sie weniger den Überblick, sondern fragen, wie genau, wo genau, wann genau, was genau. Und an der Stelle nochmal ganz genau für mich, wie genau und so weiter. Und dann kriegt man mit, okay, sie suchen vor allen Dingen nach Informationen der Sorte Detail. Andere nach der Sorte des Überblicks. Und hier merken wir schon, was passieren kann. Nun, wenn jemand bevorzugt Informationen aus der Sorte Überblick will und jemand bevorzugt Informationen aus dem Bereich Detail möchte, könnte es sein, die beiden reden an ein Ander vorbei. Nun, die gute und schlechte Nachricht zugleich ist, von diesem Metaprogramm gibt es über 40 verschiedene. Wow. Alle, die den Überblick wollen, wollen jetzt gerne wissen, kann man die nochmal in Klassen einteilen? Und alle, die Detail mögen, werden sofort fragen, gib mir mal zwei Beispiele und sag mir mal eins im Detail, um wie funktioniert und so weiter. Okay, gemacht, gemacht. In diesem ersten Intro, was wir euch geben wollen, wollen wir euch ein bisschen zeigen, sagen, wir haben einen Teil dieser Metaprogramme ausgewählt und zwar die, die wir am pragmatischsten finden fürs tägliche Leben. Okay, aber es ist unsere Auswahl und wer sagt, ja, aber ich möchte noch wissen, welche gibt es mehr und wo gibt es noch welche, können wir euch gerne zeigen, wo das ist. Meldet euch bei uns, schreibt einen Kommentar mit ein, lasst uns davon wissen, schickt uns eine Mail, wie auch immer ihr auf uns zukommen könnt, dann könnt ihr noch mehr erfahren darüber. Okay, aber hier erstmal vielleicht, welche Klassen schlagen wir erstmal vor, mit denen man sich beschäftigen könnte bei Metaprogrammen. Nun, die erste Klasse, mit der wir uns beschäftigen wollen, ist das Thema des Motivierens. Motivation lässt sich schön über Metaprogramme abbilden und um das wichtigste Beispiel gleich beim Thema Motivation zu zeigen, sind manche auf etwas zu motiviert und andere vermeiden ganz unbedingt eine bestimmte Sache und sind quasi weg von motiviert. Später mehr, wie das im Detail funktioniert. Also eine Klasse beschäftigt sich mit Motivieren. Eine Klasse beschäftigt sich mit dem Thema Verstehen. Das heißt, hier geht es vor allen Dingen darum, wie Leute Informationen brauchen, im Überblick, im Detail, am Stück oder länger oder wie auch immer, um die Information überhaupt aufnehmen zu können und zu verstehen, was der andere damit gemeint hat. Die nächste Sorte ist, wie kommen Menschen zu Entscheidungen? Das heißt, wenn sie Entscheidungen treffen wollen, nach welcher internen Systematik treffen sie Entscheidungen? Und auch hier ist wieder wichtig zu erwähnen, wir können damit nicht ablesen, was sie wohl entscheiden werden, aber wir können im Prozess verstehen, wie jemand zur Entscheidung kommt, wie jemand Entscheidungen trifft und ihn dadurch natürlich sowohl im Coaching als auch im Vertrieb, als auch in der Beziehung ihn unterstützen, leichter Entscheidungen treffen zu können. Und dann haben wir als nächstes großes Feld Prüfen. Wie prüfe ich, ob Informationen, ob Entscheidungen, ob Dinge für mich wertvoll sind, nicht wertvoll sind, positiv, nicht positiv, verlässlich, nicht verlässlich? Das heißt, wir haben verschiedene Algorithmen sozusagen im Inneren, nach denen wir Prüfungen vornehmen. Und als letztes großes Feld haben wir dann das Thema noch Arbeiten. Und Arbeiten ist hier, naja, klar, schon das gemeint, auch was wir im beruflichen Kontext machen. Aber auf der anderen Seite ist damit auch gemeint, wie wir überhaupt gerne die Dinge tun, wenn wir sie tun. Hier wichtig zu erwähnen, Metaprogramme sind kontextabhängig. Das heißt, nicht in jedem Kontext habe ich die gleiche Ausprägung. Nicht in jedem Kontext wende ich immer die gleiche Systematik an von Metaprogrammen. Wir stellen also fest, dass Metaprogramme kontextabhängig sind. Es kann sein, dass jemand in seinem beruflichen Kontext sehr, sehr auf den Überblick geht und dann privat Briefmarken sammelt und jede kleine Ecke sich genau betrachtet. Das heißt, dort sehr detailorientiert ist. Und wir haben festgestellt, und das macht es jetzt natürlich nicht viel einfacher, dass Metaprogramme auch noch zustandsabhängig sind. Und zustandsabhängig kann sein, dass wir kurz vor dem Urlaub ein bisschen anders mit Metaprogrammen umgehen und anders auf Überblick und Detail als Beispiel achten, als wenn wir gerade völlig entspannt nach einem längeren Urlaub zurückkehren, relaxed sind und alles ist fein. Das heißt, wir haben unterschiedliche Zusammenstellungen von Metaprogrammen, die wir anwenden, je nach Kontext, je nach Zustand. Allerdings, und das ist eine sehr wichtige Nachricht schon mal für den Prozess der Selbstreflexion, wenn wir in so einen Zustand der Vollautomatik kommen, guckt ruhig mal auch beim Stressmodell nach, wenn ihr Lust habt, wie Vollautomatik funktioniert. Wenn wir bei Vollautomatik agieren, haben wir ein relativ festgefügtes Raster an Metaprogrammen, auf die wir dann sehr stark zurückgreifen und die übrigens auch sehr schwierig zu verändern sind. Da kann man nicht so schnell flexibel werden. Okay, nochmal in drei Sätzen zusammengefasst. Metaprogramme helfen uns zu verstehen, wie unser Gegenüber Information verarbeitet, wie er prüft, motiviert, Entscheidungen trifft, wie er Informationen aufbereitet für sich selbst. Sie helfen uns zu erkennen, wie der andere im Inneren vielleicht tickt und dadurch helfen sie uns dem anderen in seinem Modell der Welt leichter, besser, effektiver zu begegnen. Wir verstehen quasi, wie wir Informationen so verpacken sollten, damit sie für den anderen besonders leicht auszupacken sind und zu nutzen sind. So viel an dieser Stelle für den Rahmen, worum es bei dem Thema geht. Und im nächsten Schritt werden wir uns einzelne Metaprogramme anschauen und mit Beispielen uns überlegen, wie sehen diese Metaprogrammausprägungen aus und zum Zweiten auch ein bisschen drauf schauen, wo kann ich denn was damit anfangen. Aber soweit erstmal. Viel Spaß damit.